Erste dicke Möglichkeit und da ist das Tor durch Alessandro Matri. Das ist diese Kaltstolzigkeit bei den Italienern, die uns auch schon seit Jahrzehnten verrückt macht in Deutschland. Nicht nur in der Nationalmannschaft, auch auf der Vereinsebene. Wunderbarer Pass von Vidal, kein Abseits. Sie schauen hinterher und dann macht er das natürlich schon sehr clever, sehr routiniert. Eiskalt Alessandro Matri. Seit 2010 auch in der Nationalmannschaft immer wieder unterwegs. Sascha Burchardt kommt raus, wollte noch den Winkel verkürzen. 21. Minute. 1-0. Rasietsch. Wunderschön gemacht. Hab's vorgesagt. So sind's die Italiener. 90. Minute. 2-0. Milos Grasic nach einem wunderschönen Angriff. Mit rechts, genau da wollte er rein. Mit der Innenseite. Schön gezielt, schön getroffen. Milos Grasic. Milos Grasic. 20.käu. 2-0.